Und damit hallo und herzlich willkommen zu Minecraft. Wir spielen hier Bedwars. Mit mir dabei ist der liebe KL-Unterstrich-Unter-Sergeant-Schriminski. Moin. Ja. Und wir spielen hier Bedwars. Wieso, weshalb, warum? Weil ich das einfach so super kann. Ich bin der beste Bedwars-Spieler überhaupt. Ich bin da. Ich nehme das Spiel auch total ernst. Erster kann man das gar nicht nehmen. So. Ich habe schon mal eine Ausrüstung. Sehe nicht toll aus. Oh, wunderschön. Ja, geh weg. Was kann ich tun? Wo ist eigentlich unser Blödsbett da hinten? Ähm, es ist da... Hm, schon gesehen, schon gesehen. Felix, wo bist du gerade? Na los. Ich bin bei der Bombser. Nein, keine Kiste. Nein, keine Kiste. Ich wollte... Block. Genau, Block zum Bauen. Genau, sowas. Äh, ich schreibe mal nach rechts. Keine Ahnung. Keine Ahnung, es kommt nicht mehr. Ähm, ein Gang zum Bettbahn und dann irgendwie das Bett versuchen einzubauen? Ja, wäre nicht schlecht. Gelb wird jetzt schon einen Bogen, Leute. Gelb ist ja auch spinnall. Gelb sind auch richtige, du, Spaß. So, Blöcker. Im Hintergrund hören wir Flyby von Endless Legends, dem Spiel, falls es einer kennt. Ich kann nicht schlagen. Oh, der ist immer ein Timo. Oh. Ich versuche hier gerade wichtige Informationen rüber zu bringen. Und du sprichst einfach dazwischen. Halt die Schnauze, du nimmst eh nicht auf. Ja, du bist ja sehen, hm? Okay. Nein, natürlich nimmst du auf, aber das ist dumm, weil du da eine ganze Zeit laberst und das nervt. Hä, lass dich noch labern. Äh. Ja, also ich mach jetzt ab sofort stumm LPs, weil das total viel Sinn macht, aber okay. Ja, ja, stumm LPs sind voll cool. Hast du nicht den berühmt-berüchtigen stumm LPs? Stumm LPs? Stumm LPs, ja, ja. Äh, ich brauch noch ein bisschen Steine. Äh, ja, wir sind, bist in der Mitte? Nein, ich versuch kein unser Bett anzubauen mit irgendwas. Lass uns in der Mitte. So, wir haben eine Kiste, eine Kiste. Oh, ich brauche kurz. Äh, ich brauche. Nein, 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 nein. Shit. Ah, ich bin auch schlau. Ah, was ist das denn? Ich brauche. Brauchst du wie der schöne Spinnen mit zu? Oder war das das? Ach, nicht. Ich baue eine Kiste, ich baue eine Kiste, ich bin produktiv. Ich seh, oh, du beginnst aber ziemlich schwoch. Oh, Gott. Halt die Schnauzer, ich komm hier gleich dahin. Nein. Wir brauchen hier ein Stein. Ich war beim Bett. Applaus. Bis auch zum Bett. Ui. Deswegen mag ich die Bett nicht. Bei Rot. Jetzt bin ich aber tot. Weil ich hab versorgen, nicht auf Slap, auf Slap hoch zu stecken. Zu stecken. Auf Slap hoch zu stecken. Stecken. Weil ich dumm bin. Ja, das wusste ich schon, wieso. Wieso bist du dumm? Ich will das Bett von Rot, koste es was. Was wolle. Oh, wir haben einen Bogen. Geil, wir haben das erste Mal in der Weltverschule mit Robert die Mitte. Wir haben die Mitte nicht. Wir haben die Mitte. Nein, haben wir nicht. Was ist denn hier? Hast du eine Bitterung? Nein. Okay, vielleicht. So. Ich bin da hier mit Kelken und ich bin fast tot. Hau dir mal das Scheiße weg. Ey, du hast Pfeile in dir drinstecken. Das sieht nicht gesund aus. Wer ist? Ja, du. Nur einmal komplett durch den Arm. Ach, das geht noch. Hier ist einer, der hat eine Truhe auf dem Korb. Ja, für ihn. Du bist eine Truhe. Na, wobei, für E-St-Ehen kann man ja nicht so viel Spaß haben. Ich hasse Rückschlussstäbe. Ein bisschen Bronze. 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 Ich werde jetzt nicht weitermachen. Auch mal weiter. So, ich brauche ein bisschen Eisen. Vielleicht für eine Rüstung. Wäre ganz nett. Oder so. Ey, welcher Idiot hat die Truhe wieder abgebaut? Ey, die Truhe steht auch hier schon. Echt? Also, die ich gebaut habe, die steht hier noch. Du weißt, du, Peter, er legst du dir die Truhe abgebaut, nur um eine eigene zu bauen. Hä, wo ist denn diese Truhe? Na, hier oben auf dem Baum. Hier, hallo. Da. Da, wo ich gerade drauf rumhüpfe. Hopps, hopps, hopps. Ey, die unsichtbar bei mir. Du hast dich gerade geöffnet. Interessant. Ja, ich weiß, aber die trotzdem unsichtbar. Das ist interessant. Interessant. Ähm, ja. Jo, das machen wir jetzt hier mit. Oh, bin ich, komm, bin ich nicht. Woll ich mir den nicht. Was hatten wir uns eigentlich? Läuft, gill. Blöcke. Schuld mir das, wir holen uns gerade das Bett von Dingens. Irgendwo nicht. Von Dingens, ah, geil, Alter. Ja, und ich hasse die, ich hasse sie nicht. Ich will auch das Bett von Dingens holen. Ja, geht, voll selten. Leute, so geil, Alter, was sind das für Noobs? Ganz ehrlich, einmal das Bett abgebaut und die lieben direkt. Das ist richtig langweilig. Lappen halt. Ist das Bett geschützt? Mehr oder weniger. Wir brauchen Truhe nicht. Was mache ich denn? Ich bin auch bekifft, ey. Du bist ja auch kacke im Bett worden. Hör auf, ihn zu diskriminieren. Ich bin nicht kacke, ich habe nur besondere Bedürfnisse. Du bist da hin gekommen. Äh, hallo? Bist du dumm. Was denn? Was machst du da? Ich versuche mich hier hochzubauen, weil sich die Gegner auch hier immer hochbauen. Oh, sehr gut. Blau holt rot. Ich kenne diese Karte schon. Ich hole blau. Blau holt rot, lass uns zu blau gehen. Ja, blau ist gerade aus, gell, ich komme mit. Bist du schon unterwegs? Robert, du kannst ja auch mal... Ja, ich bin in der Mitte. Gell, für deine Zuschauer. Das ist viel spannender, wenn du... Halt die Schnauze. Wenn du mal was machen würdest. Ich mache gerade was, ich bin produktiv. Das produktiver als sonst. Weißen, wir haben Bogen. Innoativ, kreativ. Du will mal. Scheiße. Oh man, ich bin tot. Die Map ist scheiße und ist born kein Gold. So, ich fand das war jetzt produktiv, das war produktiv, was ich hier gerade gemacht habe. So. Jetzt kann ich mich auch schon auf meinem Fall. Ich tötete den Kistenkopf, ich habe den Kistenkopf getötet. Der ist richtig hell. Wie hat der das gemacht? Der hat sich auf eine Kiste als Face gemacht. Oh fuck. Ja, aber der hat ja unter der Kiste noch ein Gesicht. Ja, einfach als Helm, man. Das habe ich hierhin, das hast du doch auch. Du hast eine Sonnenbrille. Ja, aber das ist nicht so, das ist anders. Ich will den Typ nochmal angucken. In der Mitte geht es gerade richtig ab. Ja, komm, lass uns hingehen, ich habe einen Rückschlag, ich habe einen Knöpfe. Ich komme mal her, ich habe mich da gemacht, wie immer noch ein paar Standards unbekirkt. In W traditionlichen Sinn, ich bintime und binandalisiert. Ja, wir wollen uns auch nicht mehr tun. Ach, ich bin auch nicht mehr. Ich habe mich da baue, ich bin fundo. Möим, ich bin gerneды. Ja, ich bin nicht mehr. Ja, ich bin auch nicht mehr. Dirk aus wiederum deu ace of these. Na,于unda, ich bin ganz neberta-altyage. 現ers wiederum- und beplatziert, dass du jetzt nicht mehr um constraintskunst, Jo, der hat einen Eisenschwertschirm runtergeboxt. Könnt ihr mal sehen, guck mal, hier! Rückschussstab, das ist Eisenschwert! Yeah! Skill! Skill! Oh, da läuft ein Gelber. Fuck, nein, das sind mehr Rote! Nein! Ja, ein scheiß Gelber, ich komme auch zu Gelb. Ich hab drei Leute, die ein Eisenschwert hatte getötet. Gelb, bleibt stehen! So, ich muss das überblieben. Bist du bei Gelb? Haha, ja! Entschuldigung! Okay, hol das Sprüche runter! Wieso bist du bei Gelb? Wir haben nur noch... Ja, aber wir haben Gelb getötet. Wie wär's, wenn wir mal die Dingens holen? Ich hol das Eisenschwert. Die lagen Goldschwert in ihrer Kiste. Wie wär's, wenn wir mal die Mitte holen? Nee, wird erst mal Gelb ausgebäutet. Deck mich mal, ich versuche nach Hause zu kommen. E.T. will nach Hause telefonieren. Ich hab das ganze Inventar jetzt voll mit Bronze. Scheiße! Hat der ein Eisenschwert? Ja, der hat jetzt ein Eisenschwert und ein Goldschwert von mir. Hä, du droffst nichts. Ich droff nix. Ach stimmt. Sorry, sorry! So. So. Ich hab noch nie Braveness gespielt. Ich hab erst mal Fett die Dinger von Gelb ausgebeutet. Schön für dich, aber wir bräuchten Gold, weil die anderen ein Eisenschwert haben. Und hier kommt ein grüner zu uns. Wir sind grün. Wir sind grün. Oh, wir sind grün. Man sieht echt, dass ich voll der Profi weiß. Achtung, los! Hier kommt ein blauer. Ernsthaft? Ja. Und ich versuche ihn mit, Spin wem zurückzuhalten. LOL! Und das funktioniert ziemlich gut! Nein! Okay, der hat sich nicht eingebaut. Ich hab nur das einer von uns. Boah, da kam einer von uns noch mit. Alter, hier ist ein blauer. Ja, hier ist ein blauer. Bei uns ist ein blauer. Also da, wo die Bronze-Dinger sind. Okay, wir haben ihn. Das war ich. Ja, ja. Man sieht hier, wer hier... Ich hab mal ein bisschen Essen gemacht. Ey, ich steh doch nicht mehr mit drin. Ja, du hast Essen gemacht. Hey, wer hat sich jetzt das ganze Essen gemacht? Ich hab mich nicht rausgenommen. Ich hab mich nicht rausgenommen. Ich hab mich nicht rausgenommen für meine eigenes gemacht. Ich nehme meine... Ich an. Mit meinen Heitz? Das ist doch nur nimmstisch. So... Wieso hast du da so einen Scheißweg, Götze? Abbauung. Als ob ich das abbaue! Ich brauche nur deine Hose. Ich brauche deine Hose. Wir sind so ne fette Bauer bei uns drin. Ich brauche auch im Mut. Und noch eine Hose. Eine Hose für den Ding. Für Robert. das war ein Name 2 Plotser jetzt haben wir den Namen und wer hat hier es hier haben jetzt hier fette Kiel gemacht wird Nein Heinrich der Obdau sie gestoppt ist so ein Held bis die Jürgen und und diese Brauche ich ist sehr Also, die will Ein einziger blauer, Alter Wie ich scheiße ich bin Ja, die haben Eisenschwerter Ja, aber der hat mich nicht Der hat mich einfach runtergeschlagen Ich bin nicht schlecht Nein, das ist Das sind die anderen, die schlecht So Wie soll ich dir einfach raus Hä? Ich verstehe es nicht Ja, also das war ein bisschen Die Mitte ist jetzt schon richtig zugebaut Grün ist unser Grün sind wir, genau Gut, das sollte ich mir mal Ich versuche jetzt einfach Gold zu holen Also, anderes bleibt uns nicht übrig Ich bin runtergefallen Weil meine Maus verpackt ist Weil auf einmal habe ich noch Ausreden Ja, ausreden nicht Na, ausreden nicht War zu Glück habe ich ja vorgenommen Ich habe schon mein Equipment in der Truhe Das hast du sehr schön gemacht Ich bin stolz auf dich Ah, ich weiß Da kommt ein Grüner zu uns Wir sind grün, du Idiot Daneben blauer Es ändert dir nicht die Tatsache, dass du grüner zu uns kommst Hä? Wieso achten wir? Ja, wieso? Wer hat mich runter? Ja, ein blauer oder so Ne Ich glaube, äh, Sgt Schredeninski ist mir gerade an mir vorbeigelaufen, ich bin einfach runtergefallen Felix, wo bist du, warst so schade Der, der, der macht so ein Fahrt mit, ey Alter Oh Gott Ich wollte gerade produktiv sein, aber nein Ist okay Wir spawnen kein Gold, jetzt wo ich die Mitte, in der Mitte bin, spawnen hier kein Gold Welches Team sind wir grün? Gut Ja, wir sind immer noch grün Mittlerweile habe ich es auch mal verstanden Ja, der kriegt mich nicht mehr Ich habe viel Gold Wow, viel ganze Gold, ja, dann hol dir einen Bogen Fahrtwind Oh, dieser Blaue, wieso schießt der mich denn jetzt runter, wenn ich zu rot will? Was hat er für eine Behinderung? Die Gulaschkanone Die Gulaschkanone? Ich mache mal einen Bogen und einen Pfeil Ich wasche durch Zu wem? Soll ich denn in die Ruhe tun? Zum Endertrachen Ja, genau Oh Gott Das ist genau jetzt, wenn ich in die Arme gesprungen So, und jetzt mache ich mir Rüstung Ja, oben baut sich immer zu uns Ja, die baut sich immer über das Haus Na, was machen wir mal Rüstung, weil sonst hat die nicht der Wunsch Wie soll ich verdammt, mal Rüstung machen? Ja, mach mal Rüstung, weil Ich hätte keine Rüstung Was, wir haben überhaupt nichts mehr Die sind ja total arm Alter Ich bekomme da ein Schuss Ähm, Felix, du hast einen Bogen Bekommt man seit neuestem Falschaden? Ja, die fände uns Die fände uns, du hast einen verdammten Bogen Ja Bekommt man seit neuestem Falschaden? Ja, man bekommt schon immer Falschaden Man bekommt schon immer Falschaden Achso Das ist was für die Kälte jetzt, wenn man keinen Falschaden bekommen hat Ja, okay Ich hab kein Schwert Ihr brauchst kein Schwert, wenn du Bogen hast, solange du nicht weggehst Bleib einfach in der Base Und ich brauch mal Essen, weil ich nicht rege Das ist dein eigener Typ eingebaut, Mann Ja Er war grün Ihr seid richtige Profis Sag ruhig Guck mal, wenn die versuchen, zu uns zu kommen, dann bleiben die erstmal schön hängen Und du kannst sie voll mit dem Bogen abschießen Ne, ist das nicht schlau, ja So, jetzt noch ein schönes Schwert Und alles ist gut So, jetzt noch ein paar schöne Spinnenweben und alles ist gut Alles ist gut Du, immer mit deinem hässlichen Spinnenweben Da kommen auch unsere Teamleute nicht mehr durch Das ist Achso, das ist ja der Plan Sag dir nicht Bescheid Oh, yo, Alter Wir werden nie wieder aus unserer Base rauskommen, Felix Leid Mit dem Bogen, den du hast, der einzigste, den wir jemals haben werden Ich werde aber über das Spinnennetz gesprungen Was? Alter Wer hat dann auf einmal ein Loch gebaut? Was? Ja, der hat sich rübergebaut Ja, ich hab ihn, aber Unser Bett ist weg Ich bin mit einem halben Herz in der Mitte und sterbe jetzt Juhu, ich kann fliegen Nein Wie hat er das geschafft? Es ist kein Weg zu unserem Bett Alter, doch Ganz oben Ja, das habe ich schon vorhin gesagt Aber du hast mir nicht abschließen, der war zehn Minuten lang hier Da ist da runtergeschwungen, oh, er hätte die Bonsie immer da oben lang Der war seit zehn Minuten in der Base Nein, ist da, ist ja runtergeschwungen, da Aber wir müssen jetzt überleben Ja Dann, 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 das ist das, das ist nicht mal, unter Nee, wir gehen jetzt, wir gehen eine neue Runde Als ob Fechst Ja, auch so Spaß Das wäre richtig klappt Ja, wo ist die Bonsie denn jetzt? Grün Ja, ist gut Ach, da, der hat sich doch, der hat sich da lang gebaut, da, da lang Oma, auf das, ach, ja Ich wäre wegen grad genauer schon gegangen Ach, da, was ein mega Weg der gebaut hat Das ist uns einfach nicht aufgefallen, wir sind so schlecht Doch, mir ist es aufgefallen, ich hab's dir bloß gesagt, aber du hast mir ja nicht zugehört Ja, und ich bin jetzt dafür verantwortlich Ja Weil du den Bogen hattest, wir konnten alle nichts machen Er hat unser Pest geklaut Er hat einfach mitgenommen Ähm, Felix, wir können dir in eine neue Runde gehen, dann hat Robert extra was Nein, warte, ich schieße hier gerade auf diese Ich bin tot, ja, okay Ich spektate mal meine Kumpanen in dieser netten Runde Ich glaube, von uns liebt es gar keiner mehr Nein, kein einziger Gut, dann verabschiede ich mich aus dieser Folge, aus dieser doch sehr kurzen Folge Und wir sehen uns zunächst wieder in anderen Spielen in Minecraft Und bis dahin, ciao, ciao Ihr könnt auch in noch, ja, in noch nicht, ciao, schreibt noch in die Kommentare, ob euch Bad Boys gefällt Ja, das wäre sehr nett Und ja, bis zunächst, ciao, ciao Ciao Halt die Schnauze Ich finde es auch ein lieber